Das ist Sandra. Sandra achtet sehr auf ihr Wohlbefinden. Auch wenn ihr Terminkalender prall gefüllt ist. Denn bei allem, was sie tut, gibt sie 100 Prozent. Sowohl beruflich als auch privat. Sandra hört gern auf ihren Körper. Ihr ist wichtig, ihn besser kennenzulernen, um seine Zeichen richtig zu verstehen. Genau dabei unterstützt Sandra ab sofort die innovative App Vital Science & Care. Täglich lernt Sandra nun Neues über ihren Körper und wie sie ihr eigenes Wohlbefinden verbessern und steuern kann. Wie das funktioniert? Dank eines innovativen Gesichtsscans erhält Sandra relevante Informationen zu wichtigen Vitalwerten. Diese kann sie mit ihrem aktuellen Wohlbefinden vergleichen. Mit der Zeit entsteht daraus eine persönliche Entwicklungskurve. Sie wird begleitet von vielen Erläuterungen und wertvollen Tipps. Und sollten mal Fragen oder Unsicherheiten aufkommen, vermittelt die App Sandra per Chat oder Telefon an ein professionelles und persönliches Beraterteam. Die Experten erklären ihr beispielsweise medizinische Hintergründe oder Diagnosen auf verständliche Art und Weise. Sie vermitteln geeignete Fachärzte oder passgenaue Unterstützung für Sandra und ihre Familie. Vor Urlauben informieren sie darüber, was in die Reiseapotheke gehört oder welche Empfehlungen aktuell im Reiseland gelten. Dein Wohlbefinden liegt auch dir sehr am Herzen? Dann einfach die App herunterladen, anmelden und für kurze Zeit kostenlos testen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auch werden sie mit ihr kennen. Vielen Dank.